was geht ab leute herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal ja das ist hier ein kleiner draußen blog ganz entspannt und ja ich bin jetzt einfach mal ein bisschen draußen dachte mir so ein blog kann man ja auch mal machen und bei mir steigt er war die vorfälle wollte ich nur sagen ja ein kleines info video passt jetzt nun die nächsten tage online kommen eigentlich heißt das ja adventskalender und man soll sich überraschen lassen aber da ich heute für den vierten zum beispiel noch nichts aufgenommen da ich das ja jeden tag genau an dem tag aufnehmen manchmal produziert vor für den morgigen tag leider noch nicht was heißt leider ich kann das zurzeit nicht weil ich ja die videos jetzt mittlerweile genau an dem tag aufnehmen wo es ist ihr habt es gesehen es kam heute auch wieder nicht um sieben uhr ein video ich werde versuchen dass das natürlich alles um sieben uhr exakt kommt aber manchmal ist es so ich kann es erst halt an den einen tag aufnehmen also genau am nächsten tag jetzt aufnehmen weil ich ein vorjährigen tag keine zeit hat also ich hoffe ihr habt das ganze richtig gerade verstanden was ich meinte und ja ich möchte eine einzige sache sagen was auf jeden fall sehr sehr oft kommen wird ist silvester vor freudel ein teil habe ich vor zwei monaten schon hochgeladen also teil 1 und teil 2 3 4 und 5 folgen in diesem monat natürlich noch jetzt ist das ganze problem dass mein ja ich bin halt auch noch ein jugendlicher dass mein taschengeld das ist da schon echt viel ausgegeben habe und für die videos jetzt nicht mehr so viel habe mir das ganze feuerwerk zu holen für die vorfreude halt die demnächst kommen muss noch weil ich habe gesagt dass die vier teile diese vier teile die müssen halt diesen monat auch noch kommen dass der monat soll er abgehen richtig und noch haben wir den vierten ab morgen gibt es ein komplett abnehmen also morgen kommt noch ein video ich weiß nicht vielleicht kommt morgen auch schon feuerwerk ich werde meinen kollegen fragen vielleicht hat er ein bisschen geld und dann werden wir auch zusammenlegen und dann müsste das vielleicht auch reichen ich weiß es nicht könnte sein ja vielleicht springt den like button wenn ihr den boden auszufeiern wie ich dir einfach easy instant kann man ja mal machen und ja ich gehe jetzt hier gerade einkaufen zu norma keine werbung ja nur problem placement und so und ja das wollte ich halt einfach nur sagen also dass ihr bescheid wisst was den nächsten tag kommt vorfreude gaming so hat der standard zeug was auch meinen kanal immer kommt womit ich eigentlich auch angefangen habe somit silvester vorfreude gaming zu einmal warten ja was soll ich einfach sagen das ist es halt heftig was die letzten tage so abgehen und ja jetzt muss dieses auto hier noch rüber damit ich hier rüberfahren kann rüberfahren kann was aber ich damit ich rüber laufen kann genau kommen hier die heftigsten schuhe damit kann man rüberfahren das ist ein neues special weg bist du das sagt und schon könnt ihr rüberfahren ja natürlich habe ich mir gerade verspornen mit laufheit und ja das wird das nächste video sein ich freue mich auf jeden fall extrem schon und das wird halt eine geile zeit dieser monat wird einfach geil das wissen wir alle dass es eine geile zeit wird und auch dieses wetter ist einfach so heftiges feeling das einfach so heftiges feeling und ja dazu kommt demnächst dann die video silvester vorfolge dies und das und das und ja worauf wir euch gefasst machen können und zwar am samstag kommt diese woche samstag kommt ein ein video online und zwar ein experiment und dann seht ihr vielleicht ja wie viel geld ich wirklich eingesammelt habe das video nehme ich dann am ich denke mal freitag auf und ja dann seht ihr wie viel geld ich auf jeden fall eingesammelt habe wie viel weggeschmissen wird von geld ja das ist schon heftig habe mich schon mal informiert und dann muss ich mir sagen was das mit diesem video und dann sehen wir uns morgen ciao leute